Herzlich Willkommen zu einem weiteren Tryhard-Kommentary Nennen es jetzt einfach mal euer BlackIsBack Und diesmal in Black Ops 2 Ihr seht es mit der schönen, wunderschönen AN94 Und mir wird Ghost ein bisschen zu langweilig Boah, ich muss die ganze Zeit in die Face-Tier angucken Moment, man sieht mich so von der Seite irgendwie Aber ich konnte es gerade nicht anders einstellen Müssen wir auf jeden Fall so klarkommen Ich guck ab und zu mal rüber What, da war ein Gegner Scheiß drauf Ordentlich was los hier Im Gegensatz zu Ghost Wo einfach mal nichts passiert So, ihr seht es schon mit Facecam Heute mal wieder ein bisschen was anderes Na Woher wusste ich das Wie, ich habe keine Muni mehr, habe ich keinen Plünderer oder was? Ich denke jetzt kille Oh mein Gott Oh mein Gott 17 Schuss C4 Der Locker-Kugelsicher-Beste Oh mein Gott Ich habe Angst Ich bin ja immer mit EMP-Granaten Oh mein Gott Alter Okay, Lotster Und eine Staffel Jawohl So macht das Spaß, Mann Komm doch, komm Scheiße Abschluss Abschluss bestätigt Übelste Sorte ab, Mann Skrupellos Was ist los, Mann? Okay Dann noch ein C4 rüber schmeißen Verpissen wir uns auch mal schnell Legen wir uns mal hier hin Okay Puh, Alter Black Ops 2 ist ungewohnt schnell für mich So, meine erste Runde heute Und ich habe ja lang kein Video mehr gebracht, weil ich eigentlich keine Motivation hatte Dachte ich mir jetzt aber mal Black Ops 2 könnte mal wieder Spaß machen Und das tut es, meine Freunde, das tut es Heilige Scheiße Das wollen die auch noch da hinten, okay Ah, ist jetzt blöd Gefährlich für mich Uh, ja So macht das doch Spaß, Mann Ach, scheiße, Digga Oh mein Gott Wie der Lotster zerstört, meine Freunde So, direkt nächsten Orbi Fuck, ich habe nur meine Ah, jetzt habe ich einen wieder Okay Ich müsste campen hier Da sind so viele Oh mein Gott Oh mein Gott Wieder Lotster Oh, will ich meine Hunde haben? Ich will meine Hunde haben Das war ein Fehler Das war ein Fehler Oh mein Gott Ich weiß nicht, was ich machen soll Ähm, kommt der da jetzt? Ja, okay Hunde habe ich wieder Sauber Setze ich einfach auch mal direkt wieder ein Obwohl Ich könnte den Orbi eigentlich noch ausnutzen Wenn der da schon geiern will Okay Den Killer haben wir uns auch noch Was weg ist Naked Jetzt könnte es aber gefährlich werden Ich lasse mir eine Streak schon für nächste Runde Ich chill hier lieber noch ein bisschen an diesen Steinen Er kann mir immer gut headlitschen Oh mein Gott Hunter Killer Drohne eingesetzt Okay, mich und die Remington wieder Alles Nee Nee Oh Shit Ey komm, brutal, Alter Irgendwann, das wäre jetzt so episch jetzt Nuclear Noch ein paar Sekunden überleben Schaffe ich das? Perfekt, wenn er jetzt noch in der letzten Sekunde ein Gegner kommt Den Kann ich dann auch noch kurz Killen Nein Oh mein Gott Scheiße Ey, ich war aber auch zu sehr gekämpft, man Kacke Oh mein Gott Das wäre so ein geiler Ausgangs-Situation gewesen Schaut es euch an, danach stirbt er auch noch Nein So ein Pech, Alter Das wäre so ein geiles Gameplay gewesen Aber ich kann immer noch was reißen eigentlich Also strecke ich mich nochmal an Hundelots, da habe ich noch volles Gegner-Team Oh man, das ärgert mich jetzt Er steht 5 zu 11 Mann Schade, schade 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 B-Flagge dichtern, wie es sich in Black Ops 2 gehört Das war dann Punkt, da können wir ja immer mal gebrauchen Da, dann noch ein Double mit C4 rausgehauen Irgendwas mehr in die Ecke Hunde raus Lodestar raus Ja, jetzt wäre er Jetzt ist Ende im Gelände Aus dem Haus Ja, das ist immer noch mal sagen Lodestar going Oh, sie geiern Lasst mich doch einfach meinen Lodestar haben Schwuchtel Ja, sie werden auch übelst besporen killt Mann Spawn jetzt Okay, da hinten bei dem Pool Nein Oh, ich bin gestorben in meinem Lodestar Oh man Wo habe ich mich denn hingelegt? Ach, der in die Mitte Ich dachte, der war AFK Mann Da ist jetzt nur einer Hier kommt jetzt einer Oh, der ist auch AFK Obwohl Weggesnackt Steht da doch Oh mein Gott Teammates Ne Ne Nein Wieso spawnt er da? Oh mein Gott Ey, wenn ich jetzt keine 100 Kills mehr schaffe, ne Aber ich seh schon, Black Ops 2 macht wieder übelsten Laune, Alter Also mir hat das auf jeden Fall Spaß gemacht, dass jede Runde den Ghost bisher Aber gut Double Cam war schon geil, die Runde, aber Hier passiert trotzdem mehr, Mann Es ist einfach so Oh mein Gott Jetzt, jetzt, jetzt geht's aber hier los bei denen Jetzt, jetzt hab ich keine Chance mehr Ich sitze ja selbst Aber ich versuche auf jeden Fall noch die 100 Kills zu machen, Mann Und noch einen Noch einen Und noch einen Tiff hier mal rüber Oh Triple K, meine Damen und Herren Oh mein Gott Schockladung, EMP-Granate Oh, wir haben Orbi, nice Aber wieder eine EMP-Granate Was soll ich denn da machen? Da bringt auch mein bester Orbi nichts Oh mein Gott Sterbe ich, wenn ich hier runtergehe? Nein Okay Jungs Ich bin dauerge EMP-Granate Okay, mein Orbi habe ich auch schon wieder, aber Damit kann man ja keine Kills machen Ich leg mich einfach mal hier hin, die müssten uns eigentlich hier kommen Oh, wieso haut jetzt mein Teammate den Loads da raus Richtig blöd Hier, Hunde habe ich, Hunde 99 Kills, jawohl Komm schon Ein Scheiß-Kill noch Jawohl Ist mir jetzt auch scheißegal Jawohl, Alter 103 zu 5 Erste Runde Black Ops 2 Wenn ihr mehr Black Ops 2 sehen wollt Mehr Facecam sehen wollt Was auch immer Ich hoffe, die Facecam hat das funktioniert Ich muss es mit meinem Laptop aufnehmen Ich würde mich auf jeden Fall für das 100 Plus Live mal wieder Ein bisschen Abwechslung Über 500 Bewertungen freuen wir echt geil von euch Und wir sehen uns dann im nächsten Video Haut rein